Ich bin der Leuchler. 11 bis 10 Bühnenblitz. 11 bis 15 Bühnenfunkenblitz. 16 bis 20 Bühnenfunkenblitz groß. Einzelschuss, die Nummer 21 Bühnenfonteine 2 Meter. Das gleiche in 4 Meter. 7 Meter. Jetzt kommt der Bühnenblitz. Silber, Nummer 24. Nummer 25, Flammsäugenrot. Natürlich jetzt hier draußen ein bisschen vom Winde verweht. 26 sind jetzt Theater, Einschussblitze. Erstmal der ganz Kleine. Kleinskaliber. Mittel. B. Und jetzt der größere C. Jetzt kommen wir zu den AES. Flashtube Theaterblitz, Nummer 29. Das war der in Rot und jetzt kommt der etwas lauter in Weiß. Nummer 30, bitte. U ek experus utop. Oooooh. Und jetzt da ist viel eine Zündnis ver clicked. Eier, Silberfonteine, 20 Sekunden, sieben Meter. 2 Ihr Silbert 65 Sekunden. Ein Messer. Oh Fail. Now 1200. 2 N Spaß Institute. AllelujaU. Figuren in Westfield. Ich rauch immer mit einem Seehoch Example. Nummer 32, Airburst Gold Glitter. Hätte es etwas höher sein können, dann passt. Jetzt kommt der gleiche nochmal in blau, bitte. Jetzt kommt der Feuerball, das ist der einzige Artikel, der von diesem ganzen gezeichneten Titzroh ist. Jetzt kommen die AES-Flammenprojektoren, erstmal der kleine, 2 Zoll. Mit 50 Gramm, jetzt die gleiche Geschichte, 3 Zoll, 100 Gramm. Und jetzt zum Abschluss von den AES-Artikeln und von den Bühnen insgesamt, kommt der in groß, 4 Zoll, 200 Gramm. So, das war zu der Geschichte, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, vorschließend von heute Abend. K2-Artikel, wir fangen an mit der Nummer 1, K2-Step, auf besonderen Wunsch vieler Pyrotechniker wieder aufgenommen, als leiser Artikel. Nummer 1, bitte, Abfahrt. Nummer 2, sein neues Leuchtverbundbrett, 5er Berlin. Nummer 1, bitte, Abfahrt, 5er Berlin. Nummer 1, bitte, Abfahrt... Nummer 1, bitte, Abfahrt... Nummer 1, bitte, Abfahrt, 5er Berlin. Das ist jetzt die Feuerwehr, die geht aber schon wieder auf dem Park. Jetzt ist es ein Parade hier mit Kieken zu haben. Das hat sich, glaube ich, schon von selber gelöscht, ne? Einmal ablöschen, bitte. Wir machen jetzt weiter mit der Chinese Wall, letztes Jahr Neuheit. Kaliber 29, 25 Schuss mit 5er Salve. Ja, meine Damen und Herren. Ach der 10.č, Aura podstatt. Das war's für heute. Nummer 4. Bullseye. Mit Silberwirbelaufstieg. Kaliber 30. Nummer 4. Die Nummer 5. Highway. Eine neue Batterie. Finale Batterie. 30 Schuss. Kaliber 30. Kaliber 30. Nummer 4. Kaliber 30. Nummer 4. So, jetzt Augen bitte etwas weiter nach unten. Goldvulkan, Nachzüge aus dem letzten Jahr, Feuer frei. Noch Einer, noch Einer, noch Einer. Noch Einer, noch Einer, noch Einer. Noch Einer, noch Einer, noch Einer. Nummer 7 kommt jetzt, Schocktube. Das sind vier verschiedene Effekte, 30 mm. Nummer 8. Jetzt kommt die Nummer 8, Rocket Strike, diese kleinen Raketen ohne Leitstab. Die einen Leitstab gebrauchen können. Jetzt schießen wir zum Abschluss noch eine Salbe Feuertöpfe in Grün und eine Salbe Feuertöpfe Violett mit Titanenblitz von Leitreif. Nummer 9 und Nummer 10 bitte. Das war's, vielen Dank. Viel Spaß noch.